Ob im Krankenhaus oder in der Praxis, Medizinstudenten gewinnen bereits während der Blockpraktika und der Formulatur einen ersten Einblick in die Vielfalt der medizinischen Tätigkeit. Auch die mehrjährige Weiterbildung zum Facharzt können Ärzte sowohl im Krankenhaus als auch bei einem niedergelassenen Haus oder Facharzt absolvieren. Der Blick in die Praxis lohnt sich für alle Fachrichtungen. Denn eine intensive Betreuung während der Weiterbildung durch einen ausgebildeten Facharzt ist hier garantiert. Hinzu kommt, dass immer mehr Behandlungen ambulant erfolgen. So diagnostiziert und therapiert man als angehender Facharzt ein sehr breites Spektrum an Krankheiten, die man im Krankenhaus häufig gar nicht zu Gesicht bekommt. Und statt anstrengender Nachtschichten und ständiger Wochenenddienste gibt es in der Praxis geregelte Arbeitszeiten. Auch Teilzeit ist nach Absprache möglich. Eine Station bei einem Praxisarzt darf bis zu 24 Monate dauern. In der Zeit kann jeder angehende Facharzt feststellen, ob die Praxistätigkeit für einen selbst in Frage kommt. Damit Ärzte in der Weiterbildung nicht immer wieder von Neuem auf Stellensuche gehen müssen, haben sich Kliniken mit Haus- und Facharztpraxen zusammengeschlossen. Dadurch wird trotz der verschiedenen Stationen eine straffe Ausbildung aus einem Guss gewährleistet, ohne umziehen zu müssen, mit einheitlicher Qualität und Bezahlung. Die Weiterbildungsverbünde gibt es bisher für angehende Allgemeinmediziner. Für andere Fachbereiche sollen weitere folgen. Möchtest du auch eine Station deiner Weiterbildung in einer Praxis absolvieren? Auf den Seiten der Landesärztekammern findest du alle weiterbildungsbefugten Praxen in deinem Wunschort. Wenn du Fragen zur Facharztausbildung in der Allgemeinmedizin hast, helfen dir die Koordinierungsstellen für das Förderprogramm Weiterbildung in der Allgemeinmedizin von den Kassenärztlichen Vereinigungen weiter.